Hallo und herzlich willkommen bei Vergangen und Vergessen. Ich bin endlich wieder da mit einem Spiel aus dem Jahr 1999. Es heißt The Timetrap, die Abenteuer von Blake und Mortimer und basiert auf dem gleichnamigen Comic von ÖP Jacobs. Entwickelt wurde das Spiel von Index Plus und co-produziert wurde es von France Telekom Multimedia. Der Publisher ist übrigens Francis. In The Timetrap spielt man Professor Mortimer, der das Testament eines verstorbenen Kollegen erhält. Darin finden sich Hinweise auf eine große Erfindung und einen Schlüssel. Da dieser besagte Kollege namens Miloch aber eher das Gegenteil eines netten Freundes war, sind Mortimer und sein Kompagnon Blake eher skeptisch. Da allerdings Hauptmann Blake einem anderen Auftrag nachgehen muss, macht sich schließlich Mortimer allein auf den Weg. Im Keller von Miloch findet er eine seltsame Maschine, die sich nach und nach als Zeitreisekapsel entpuppt. Natürlich wird die sofort ausprobiert. Nur funktioniert leider die Zeiteingabe nicht richtig. Darum landet Mortimer erst in der Urzeit, dann im Mittelalter und schließlich noch in der fernen Zukunft. Das Gameplay ähnelt am ehesten dem eines Point-and-Click-Adventures. Einem Comic nachempfunden sieht man die typischen Comic-Stripes, wobei Bilder mit kommender Handlung noch ausgegraut sind. Erst durch Interaktion mit den schon aufgedeckten Bildern wird die Geschichte weitererzählt. Dabei muss man manchmal nur die Personen anklicken oder den Bildausschnitt verschieben. Allerdings gibt es auch Momente, in denen man Items verwenden muss, die sich rechts im Inventar befinden. Ab und zu gibt es übrigens kleine Minispiele, die das ganze Gameplay etwas auflockern. Wem die nicht gefallen, der kann sie auch einfach überspringen. Die deutsche Übersetzung ist im Großen und Ganzen sehr gut. Allerdings habe ich kleine Passagen gefunden, die nicht übersetzt waren. Manchmal scheint es auch Probleme mit der Textlänge zu geben, denn die Sprechblasen sind zu klein und der Text schaut manchmal über den Rand hinaus. Die Grafik ist sehr schön, denn sie stammt größtenteils vom Comic-Autor selbst und wurden nur ausgeschnitten und animiert. Allerdings gibt es auch noch tolle, für die Zeit fast schon bombastische Effekte mit vorgerenderten Gegenständen. Leider besitzt das Spiel keine Sprachausgabe, aber es ist ja auch schließlich ein Comic und der soll gelesen werden. Dafür ist die akustische Kulisse und die Musik besonders schön und saugen den Spieler gleich tief in die Geschichte ein. The Timetrap ist ein toller, interaktiver Comic, der ca. 4 Stunden Spielspaß bietet. Allerdings sollte man schon ein Adventure-Fan sein, damit einem nicht zu schnell langweilig wird. Leider funktioniert das Spiel nur noch unter Windows 98 richtig. In meiner Virtual Machine mit Windows XP stotterte der Ton so unerträglich, dass es nicht spielbar war. Und damit schließe ich mit einem Zitat von Mortimer. Klagen wir nicht zu sehr über die Gegenwart, sie hat auch ihre guten Seiten. Und wer weiß, vielleicht nennen wir sie eines Tages die guten alten Zeiten. Und damit tschüss und viel Spaß beim Spielen!